Ladies and Gentlemen, Alton John! Er verstellt sich nicht. Schonungslos ehrlich zeigt sich Alton John in einer Doku über sein Leben. Ich hatte nichts außer meinen Erfolg und meine Drohung. Eine Karriere jahrzehntelang auf der Überholspur. Darauf war ich nicht vorbereitet. Erfahrungen, vor denen er die nachwachsende Künstlergeneration bewahren möchte. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann bin ich ganz um. Sein Terminkalender ist gerade proppenvoll. Hier ein Treffen mit Großbritanniens Premierminister Keir Starmer. Dann rührt er die Wärmetrommel für die neue Musik-Doku. Und außerdem hat er neue Lieder komponiert. Nicht für ein Album, sondern für das Musical Der Teufel, Trick Prada. Das ist eines meiner Lieblingslieder, das ich hier geschrieben habe. Die Leute werden drei-, viermal kommen, weil sie es lieben werden. Es ist echt hart. Ich bin in meinem Leben nie drei- oder viermal gekommen. Schlüpfiger Humor. Heute mit Scham. Früher hingegen waren es Schamgefühle, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Zu sich zu stehen, zu seiner Sexualität, fiel ihm schwer. Die Kluft zwischen dem Elton John auf der Bühne und dem Privaten war riesig. Ich war sehr naiv und wusste nicht, dass ich schwul war. Wenn Leute homosexuell waren, dann verheimlichten sie es. Ich wollte unbedingt glücklich sein und ging dabei den völlig falschen Weg. Zwischenzeitlich war er mit der Deutschen Renate Blauel verheiratet. Eine Lüge habe er gelebt, sagt Elton John. Ende der 80er Jahre sein Coming Out. Wenig später lernte er auch seinen heutigen Ehemann David Furnish kennen. Sie haben zwei gemeinsame Söhne, die nun beim Anschauen der Dokumentation erst begriffen, was für eine Ikone ihr Vater ist. Unsere Söhne schauten sich das an und meinten, wow, Daddy, du bist ja echt berühmt und das ist so süß zu sehen. Seine Offenheit wurde nun ausgezeichnet. Der Lebenswerkpreis verliehen von einem Männermagazin. Die Auszeichnung ein kleines A, bei dem Elton John ins Rätsel kam, wofür der Buchstabe eigentlich steht. Mir kommt Arschloch in den Sinn, aber lasst uns heute Nacht nicht über Ihnen Musk reden. Elton John hat keine Scheu davor, sich mit dem reichsten Mann der Welt anzulegen. Während Elon Musk keinen Hehl daraus macht, für wen er im Präsidentschaftswahlkampf ist, lässt Elton John höchstens zwischen den Zeilen durchblicken, ob er eher dem Lager der Republikaner oder dem der Demokraten zugeneigt ist. Ich würde meinem Publikum niemals sagen, wie es wählen oder welche Religion es angehören soll. Aber Menschen zu helfen, die Probleme haben, sehe ich als meine Verantwortung. Gutes Beispiel, Schauspieler Kevin Spacey. Als der vergangenes Jahr vor Gericht stand, wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs entlastete Elton John ihn. Anderer Prozess, Prinz Harry und Elton John verklagten gemeinsam einen britischen Zeitungsverlag. Sie warfen den Journalisten vor, für Informationen Telefonleitungen angezapft und Wanzen verwendet zu haben. Inkonsequent wirkt es da, dass der Sänger Auszüge seiner Biografie ausgerechnet beim verfeindeten Verlag abdrucken ließ, das prangerte Prinz Harry sogar öffentlich an. Aber, wie es nun mal ist, jede gute Freundschaft erlebt Höhen und Tiefen.